Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch, Bob plus Flo plus Fabi spielen Strange Brigade. The Strange Brigade, Entschuldigung. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und ich bin Flo. Und ich bin Fabi. Und wir spielen The Strange Brigade und schön, dass ihr wieder dabei seid. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch alle anderen Videos hier auf diesem Kanal sehen könnt, die neu rauskommen. Ansonsten schaut euch gerne alle anderen Videos an. Und jetzt wird hier geballert. Pyramid of the Best ist das letzte Level, was wir jetzt zu spielen haben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ja, ab nach Ägypten. Ägypt! Waren wir da nicht schon die ganze Zeit? Eigentlich schon, ne? Nee, die anderen beiden DLC-Levels nicht. Das sah aber sehr ägyptisch aus. Echt? Fandest? Na wie die einfachen Dac-Levels waren. Diese Eye of the Best war, war eher so karibisch, fand ich. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Die hatte ich ganz vergessen. Ist aber schon wieder eine ganze Weile her. Okay. Okay. So, was müssen wir machen? Ballern. Oh, mit Pyramiden! Ähm, Pyramiden? Hat war da nicht schon mal ein Level? Komisch, du hast irgendwie zum Namen. Was passt zum Namen? Pyramid of Best. Da passt die Pyramide zum Namen. So. Schauen wir schon mal rum. Ob wir nicht hier auch was vergessen. Oh, guck mal. Das ist doch kein... Das war ein krasses Auto. Da sitzt einer drin, ne? Der Fahrer will nicht ausluten. Der will nicht. Ey, es sind sogar diese Selbstmördertüren, oder? Also, ich hab mal gehört, dass die so heißen. Ja, ja. Selbstmördertüren? Ja. Weil die in die... Weil die sozusagen... Wenn du fährst, dann bleiben die offen. Hm. Hä? Weil wenn du jetzt fährst, nach vorne, drückt der Wind ja gegen die Tür und du kannst halt easy rausspringen, während der Fahrt. Tolle Schwierigkeit und so. Das geht halt bei so einer normalen Führung. So, ich dachte mal, wenn du jetzt parkst an der Seite und dann jemand gegen die Tür fährt und du grad aussteigst, wirst du aber zerquenzen. Boah, Alter, das wäre auch... Ja, das ist wirklich... Spielt bestimmt auch mit rein. Normalerweise, weil du nicht mehr abfahren, so fährst du... Oh mein Gott. A thousand ways to die in the car. Gab's da nicht mal so eine Serie Tausend Wege, um ins Gras zu beißen, oder so? Auf Viva damals, oder so? Bin mir nicht sicher. Mumie. Mumie. Die Mumien. Tote Mumien. Von Jahren alt. Ach, mein Mutsch. Ja, ich so schon. Wo, wo, wo? Da, da auch. Ich brauche auch die Collectibles. Ja, stimmt. Collectibles. Bobby's Alive. Collectibles sind immer nervig. Skorpionen. Ja, das stimmt. Oh, ah, hallo, Skorpione. Dabei müsste man eigentlich nur auf die Partikel achten. Weil Collectibles lassen Partikel hochschweben. Ja, aber das sehe ich ja von 10 Metern Entfernung. Ne, deswegen. Man muss immer rumgucken. Oh, fuck. Kara... Äh, Karabien. Skarabien. Karabiner. Da sind Karabiner. Keine Bucke mehr. Aha. So viele. Aua. Das hat weh getan. Ne, nicht mal bitte alles sterben jetzt hier. Ach, guck mal, die hauen ab. Ja, weil wir sich... ... ihr Nest zerstört haben. ...wenn du dich weit mitbelegst. Nein, weil wir ihr Nest zerstört haben. Achso. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Oh, ne. Das kann ein Butch machen. Ah, ne. Flo daneben. Warte, ich höre was. Du hörst mir hier wahrscheinlich die Heal Potion. Ich höre was. Achso, ja. Stimmt. Guck mal, hier ist noch ein Auto-Flo. Lass mal damit fahren. Da sitzt auch keiner drinnen eigentlich. Ein Auto-Flo. Ein Auto-Flo. Ein Flo-Auto. Ein Flo-Auto. Oh mein Gott. Ich glaube, hier sind wir falsch. Ist hier vielleicht ein Collectible drauf, was ihr noch nicht habt? Ich habe eine Katze. 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 Ich bin Katze recht. Da ist die Katze. Wo? Elgato. Da. Auch da. Wir sind die Mumien. I had to get one. One. Das ist eigentlich ein scheiß Ohrwurm. Danke, Bob. Das war aber eine geile Serie. Ey, Mami's Alive war schon gut. Ey, wie geil war die Serie? Serious. Ich frag mir jetzt gerade gar nichts. Die Serie war schon mal die Zeit. Alter, Mami's Alive? War der Hammer. Waren die sogar von Disney? Das weiß ich nicht. Kann sein. War damals nicht alles von Disney? Ja, Disney's Gagel. Disney's Mami's Alive. Disney's Disney. Oh, hier kommen Typen. Port sind sie. Das tun sie. Ich sage, du bist tot bist sie. Das tust sie. Da ist ja noch einer. Oh, halt. Voll neben? Noch mal. Silent Butch is surrounded. Ey, wo seid ihr denn wirklich? Die sind wir hinten. Da seid ihr? Die sind wir schon vorgedrungen in die dunklen Gemächer, Kammern. Ops. Kammerchen. Keine Ahnung. Ich war auf der anderen Seite des Levels. Ja, da warst du falsch. Du darfst halt nicht zu viel von Level zu Level springen. Bis der Endboss kommt. Es ist die Mumie. Schon tausend. Von Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weiter ging. Ich weiß auch nicht mehr. Gar nicht. Zum Schluss kam dann immer nur, Mami's Alive. Bom, Bom, Bom. Bom, 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 Bom. Ist was frei geworden. Und hier ist, hier ist, hier ist, hier ist doch bestimmt Kollektor. Ach nee, hier ist nur Geld. Ich hatte hier doch noch irgendwo anders einen Weg gefunden gehabt, oder? Hä? Hier, hier muss man jetzt gegen ballern. Macht er doch schon. Sehr cool. Oh, dass die Tür jetzt aber auch mal auf geht hier. Jetzt musst du da oben noch gegen ballern, oder? Ja, da muss man sich aber hier... Ach, schieße, schieße ich nicht. Macht er schon. Hui. Hui. Yeah, Cospro. Hmm. Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Ein neuer Dollar. Wir mögen alle Geld. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Oh ja. Wo geht's jetzt weiter? Hier. Ach so. Ich hoffe doch da, wo die Collective-Eats liegen. Der Bob hat ganz viel Geld. Geld, 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 Geld. Hab ich? Nee, ich bin ein Vorletzter. 1.185 hab ich noch. Oh, hier kommt was. Oh, ja. Aus der Erde gesprochen. Genau, ein paar mehr kommen. Ich will da wieder gehen. Oh, da kommen einige. Oh, ich hatte gestern einen Headshot-Moment, als wir Horde gespielt haben. Da kam einer dieser Goblins hier. Aus der Hüfte. Und aus der Hüfte entspannt mit der Waffe einfach nur draufgezielt. Und zack, Headshot gelandet. Und also, der war voll weit weg. GG. Oh, was ist das denn? Guanyaworld, danke für deinen Host. Hallo. Geil. Danke für deinen Raid. Herzlich willkommen an alle. Hallo, Leute. Big Ho, wie geht's euch? Wir spielen The Strength Brigade. Ja, Mann. Und müssen wir gerade richtig ballern. Oh, ja. Du meinst live, danke für deinen Follower. Ist ja auch Wochenende. Dann kann man auch noch mal ballern. Genau so sieht's aus. Boom. Doastle. Dynamite. Ich hab's gehört Influenced. Aua. Influenced by Gravity. Boah. Alter, aber sechs Minuten. Auf geht's. Ich hab auf einen geschossen. Ah, ihr habt Among Us gespielt. Sehr gut. Ja, nice. Müssen wir auch mal wieder machen. Wir haben lange keine Among Us Montag mehr gehabt. Ich war in Electrical, ne? Nee, ich war nicht in Electrical. Es gibt ja eine neue Map. Und, äh... Es gibt eine neue Map? Ja. Schon relativ lange. Ja. Ja, wir haben's halt relativ lange auch nicht mehr gespielt. Keine Amo mehr. Und, ähm, ich guck ab und zu mal so Among Us von Dahluka. Keine Ahnung, ob euch der was sagt. Und, äh, die spielen das mit Mods. Die spielen das mit Mods. Und das ist übelgeil aufgesetzt. Also, die haben dann sowas auch wie Jekyll und, ähm, einen Healer. Also, einen Medic. Sehr lustig. Mein Tag war bisher sehr schön. Äh, sehr erfolgreich. Und jetzt, äh, hoffe ich, dass wir endlich das Rage-Scale hier auch mal abschließen. Ähm. Das kommt nämlich auch alles auf YouTube drauf. Was sind denn für Zeichen? Ich seh doch noch gar keine Zeichen. Achso, du bist gar nicht hier, ne? Nee. Irgend so ein... Äh, Hexen mal. So ein Kreis mit einem Strich. Ne Mond. Ne Brauenzeichen mit einem Halbkreis. Brauenzeichen. Und ein Halbkreis mit einem Stern. Ja, was auch... Ja. Okay. Ja, das kriegt man doch hin. Das kriegt man doch hin. Jeder merkt sich einfach eins. Das hätten wir vielleicht vorher machen sollen, bevor wir rausrennen. Ja. Er war wirklich... Rainer wahrscheinlich last. Katze? Katze? Katze. Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. Vielen, vielen Dank. Kennt ihr Hood vom Mond? Hood vom Mond sagt mir gar nichts. Jabber da halt. Was ist denn das? Was war das? Kopf gestoßen am Mikro. Nee, Hand gestoßen am Mikro. Müssen wir alles hier? War das sehr laut? Ja, man hat es nicht gehört. Irgendwas habe ich hier geschafft. Ich weiß nicht was. Ich habe was geschafft. Hä? Ich meine, das Rätsel ist doch super eindeutig, oder? Nee. Ich bin schon. Ach so, jetzt? Oh ja, nee. Hä? Nee, checke ich gerade nicht. Verstehe ich auch nicht. Ach, jetzt? Erklärt euch. Jetzt habe ich es kapiert. Ach so, ich dachte, du meinst den Chat. So. Musste ich gerade schon denken, so gehe ich jetzt. Äh, warte. Ist hier rum, ne? So, geht doch. Der hier auch noch. Ich rate gerade. Zufälligerweise richtig. Schön, haben wir geschafft. No pressure pad. Äh. 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 Gute Nacht. Der bewegt sich. Gute Nacht. Jetzt kommt der erste Boss in diesem Level. Das ist ja, das ist ja wie diese Metallstatuen in, äh, Berlin. Oder in Großstädten. Diese Horusstatuen in Berlin? Nee, diese, 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 diese Metallstatuen in Berlin, die einem den Weg aufmachen? Du meinst, die, äh... Die haben nur selten noch so einen Laser dabei. Du meinst, die, äh, du meinst die Leute, die so tun, als wäre sie eine Statue und sich dann bewegen? Ja, genau, die, die... Ah. Die menschlichen Statuen. Sag mal nächstes Mal nicht, die Statuen, die sich bewegen. Irgendwelche wirklichen Statuen, die sich dann irgendwie bewegen. Ey, was seid ihr denn? Oh, da sind sie. Oh mein Gott, so viele Assassins. So viele Assassins. Du Rax gewonnen. Und Groot, und alles. Alter, hier sind ja alle... Ach, so scheiße. Ach, ach. Boah, viel zu viel. Wie viele Gegner möchten sie haben? Ja, alle. Die mit der Mühle. Rügen, rügen weiter. Nicht natürlich. But I have only one problem. Oh. I have no Ammunition. Ja, dann, äh... Voll in die Fresse. Hast du auch deine Fäuste? War hier nicht, war hier nicht irgendwo so ein Ammunition-Backpack? Ja, hier vorne. Nee, Butch, ich hab nicht meine Fäuste. Guck, was ich habe. Ich hab mein Knie. Stimmt, hab ich auch. Der Pyramid of... Bees? Bees? Bees. 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 Okay, hier noch ne Tankkiste. Schön. Ich hätt gern die zwei... ...kollekt... ...bill... Ich war doch... ...warte... ...n... ...n... Ich hab noch gar kein Collectible hier gesammelt. Hallo. Glaub ich. Mumia? ...schwund tausende von mir in die Arme hat. Ach. Ich geh kaputt. Und fort. Oh, wo komm ich? Ach, du... Wo geht denn her? Ich glaub, das Ding nennt sich Sarkophag. Ich hab den Sarkophag ja nicht mal gesehen. So, bevor wir runter... ...brennen... ...kirte vielleicht hier oben noch irgendwas... ...da ist auf jeden Fall noch ne Katze. Kein... ...unfall. Krass, hatte ich gar nicht gehört. Tja. Bist ja auch nicht der Knobelmeister Butch. Ja, Ballabob. Vergess immer, dass ich Knobelmeister Butch bin. Knobelmeister Butch. Uff. Oh. Ach, scheiße. Das war... Das war dumm. Das war ganz tolle dumm. Wui. Das kann ich nämlich gar nicht, meine... ...Waffe aufladen. Das kannst du nicht. Ich hab keine Mumbe mehr. Das ist ungünstig. Ja, das ist ungünstig. Ich will hier gleich Muni holen. Ach, ja, ja. Ich bin mit der Fahne. Ich bin mit dem Mund. So. Und ein Radio. Hink. Warte, du musst erst warten, was sie sagt. Achso. Funktioniert noch. Äh. Glückabend. Das ist auch ganzes Radio. Ich hab hier ein Rätsel gefunden. Absolut deutsches Radio. Der hält was aus, sagst du? Hält richtig was aus. Aber nur, aber nur alt. Ist kein China-Schrott. Alt und weiß. Ach, hier ist das rennmänglich. Das altdeutsche Radio. So. Heinrich. So, diesmal nicht verkacken, Leute. Ja. Ich bitte dumm. Erstmal die Zeichen finden. Hier sind zwei. Okay, es geht los mit ein hockendes Männchen. Nein, damit geht es nicht los. Doch, natürlich geht es los. Nein. Doch, vielleicht wissen wir, ob es damit nicht losgeht. Das hier ist der Anfang. Das ist nicht der Anfang. Warum nicht? Wo bist du? Hier. Ja, natürlich ist doch richtig. Achso, da. Ich dachte gerade, ich hab dich doch hier drinnen gesehen. Ja, ist da. Nichts heiß, ne? Nee, ich hab dich hier drinnen noch gesehen. Ja, da hast du ein Ritzchen, Nico. Was kommt dann? Äh, das hier drinnen. Was hattet ihr? Nee, ich hab nur einmal den alten. Was kommt dann? Achso, der alte. Dann kommt, äh, umgedrehtes Mädchen. Hast du das Mittel? Umgedrehtes Mädchen, umgedrehtes Mädchen. Äh, alter Mann, umgedrehtes Mädchen. Achso. Woo. Hey. Der erste. Dann sch... Okay, Butch. Dann gehen wir. Meist auch. Ja, ich bin... Aber hier hinten ist ganz viel. Upsi. Oh, lololo. Cool. Activate. So. Hier liegt aber auch wieder kein Collectible. Nee, hier liegt gar nichts. Ich möchte ein Collectible. So. Oh. Hab ich jetzt eigentlich mal hier aufgefüllt alles? Ja, hab ich. Hm. Yes, yes. Yes, yes. Irgendwas Gutes hab ich gemacht. Peng, peng hast du gemacht. Ach, guck mal, die haben hier... Oh, hier ist die Kamera. Oh, Kameras. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Hm. Im ganzen Level. Immer wieder Kameras und so. Hey, hab ich noch gar nicht gesehen. Nicht online. Doch. Schon öfter Kameras rum. Ja. Stimmt, das stimmt in dem Auto. Stimmt. Hm. Ich hab's doch gar nicht gesehen. Zum Bleistift. Alter, zum Bleistift? Hm. Zum Bleistift. Apropos Butch zum Bleistift. Ja. Hab ich, äh, auf dem Themenzettel hab ich... ...zu Star Dude Valley was stehen. Oh, da freu ich mich drauf. Was sich exakt mit solchen Sachen beschäftigt. Das find ich gut. Fleischstifte? Ja. Ja, genau. Fleischstifte. Genau sowas. So, wollen wir? So, wollen wir? Jetzt auch nirgendwo ein Krug. Stopp mal, wir hatten alle Krüge, oder? Nee. Einen hatten wir grad noch. Oh, Mann. Ja, ja, wir haben echt noch nicht viel. Aber Miezen haben wir schon. Wer fehlt denn jetzt hier schon wieder? Hm. Flutschki. Flutschki fehlt. Ja, ich guck. Flutschki fehlt. Ich guck noch rum. Flutschki ist lost. Ha, 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 ha. Okay, los geht's. Roter Crystal. Oh nein, oh nee, Gould. Crystal. Goulds. Goulds sind cool. Nee, Goulds ist nicht Goulds. Goulds sind... Kacka. Contenders Courtyard. Okay. Ich bleib einfach hier. Okay. Ihr fliegt gleich alle, ist in die Luft. Du wirst geballert. Du wirst geballert. You just got ballert. Just got strange brigaded. Ah. Können wir jetzt hier mal noch ein paar kaputt? Warte. Ja. so nämlich dich noch manchmal fliege aber auch zur seite der speerwerfer oben stehen direkt daneben natürlich fass um mir großte speerwerfer jetzt hallo ja noch ein assassin wo was ist denn los i have got no armadies hier bei mir oben ist ein ammo sack aua aua oh da kommt ein champion oh hier kommen ja immer noch mehr champion brauchst du den frozen wo ist er denn wenn ich einen frozen brauche dann mach ich mir den frozen aua aua besser als gut ich bin der falle krass er ist nicht gut äh ich suche wo ist er denn ach es ist direkt unter uns ja aua 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 oh die sind jetzt aber wieder nervig hier ey oh da ist der champion quer ja boom ich hau dich he 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 machst du lieber sie im Kampf mit dem champion oder was ja klar vernünftig was sind das eigentlich für eine falle ich will den jetzt eigentlich so kaputt machen warum treffe ich ihn diese falle dann nicht na jetzt ach das ist ja geil fallbeile ja ah ist ist er tot ja sehr schön floski auch sicher naja bei floski ist das nicht so nichts aha weiß hat er nicht gesagt na hör mal na aber na darf er das bloß immer noch drinnen ja ja weil butch nicht den champion im griff hat hä du hast dich einfach überrennen lassen vom champ das habe ich aber auch gesehen wie du dich überrennen lassen hast klar weil du dich im griff hattest mhm so steht hier man irgendeine ausrede brauche ich ja ich weiß alles gut klären wir nach dem sku 1 2 die leute sehen eh die aufnahmen ich weiß gar nicht warum ich überhaupt versuche ist das ein bug oder warum gibt es keine twitch punkte mehr ich habe gerade die twitch punkte deaktiviert weil wir ja gerade eine youtube aufnahme machen und das wäre sonst nicht gut wenn ich die ganze zeit zwischendurch dann irgendwas zum beispiel vorlesen müsste oder so oder fitness machen sollte das würde einfach nicht passen deswegen habe ich die kanal kanal punkte jetzt erstmal kurz deaktiviert für die länge der aufnahme kommen wieder die kommen wieder kommen wieder so wie latz holen die kommen auch wieder da war ein krug da war ein krug habe ich ja der ist da ja hast du na gut der stand genau da den habe ich von außerhalb sogar gesehen dann gehen wir jetzt mal weiter würde ich mal so schlagen der gardens of life hier ist eine chest hier sieht schön aus hier planen modifizieren und so sieht schön aus hier oder bob wunderschöne aussicht mal machen vor allem hier mit dem also vor allem hier so der typi aber dahinter das sieht halt also eingefallen aus und da ist ein krug umgekehrte seite oh finde ich glaube ich besser äh da oh da hallo oh da ist ein krug anlauer gefahr habe ich wieder unterwegs krüge kann ich krüge kann ich krüge kann ich kannst du deinen lebenslauf schreiben krüge finden kann ich ich glaube ich habe gerade ein collectible gefunden sehr gut zeig bestimmt habe ich den aha jetzt geht doch mal kaputt hier alter das ist ja nervig ey mit dem der steht noch an der also an der kiste mhm doch mhm ist von der anderen Seite ran ja ok ja da liegt wirklich eins oh mein god ah die hitbox sind hier manchmal aber echt nervig ey du meinst dein aim neid die hitbox sind ein collectible das hier der hammer ladies and gentlemen we got em ey wo denn dahinten jo dann komm ich da mal hin hier wo die explosion ist uuum Prozent Prozent die Söhne gute Nacht in der Schlafgurten um um den Abendmähner Urte nach dem Leder und diese noch ein paar und war bisher sagt man sich nicht nach so gut nach hättest du ich habe kein Ohrwurm und so wie Kupfer nach Römer die Gute Prozent Was ist das? Eisgeküter Bumolunder? Das ist selbst erklärt. Ein Bumolunder, der eisgekült ist. Ja, was für ein Zeug? Bummerlunder. Fabi, beruhig dich mal kurz. Nochmal. Bummerlunder. Was ist Bummerlunder? Ja, das wusste ich nicht. Achso. Das sind zwei belegte Brote. Eins mit Schinken, eins mit Ei. Eins mit drei. Und dazu... Eins mit zwei und zwei mit drei. Da oben... Ey, ich wollte... Stell mich doch nicht ohne Grund hier drauf. Unmöglich, ey. So, mach mal, lass mir was kaputt. Ne, ne, meins. Wollte sie nicht wegnehmen. Ich... Ich... Sch... Sch... Darfst du auch gar nicht. Hm. Oh, wo ist das letzte? Kollekt... Äh... Kollekt... Äh... Die fehlt nur noch eins, Flo? Ja, mir fehlt auch nur noch eins. Fünf, vier. Mir fehlen auch noch ganz viel, ey. Ein Kollektabel mit Ei. Und dazu... Eine Special Waffenkiste. Ah... Und ein Champion. Oh, noch. Verbot mehr überran. Das ist ja kein Ding, weil wir haben ja eine Special Waffenkiste. Bam, 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 bam! Oh, da wurde noch mehr überrannt. Bam! Ich hab noch zwei Schuss übrig. Wo ist denn der jetzt hingeschprungen, ey? Der ist tot. Aus dem Leben ist... Ach, der ist tot! Ja? Okay, das hab einfach drauf gehalten. Wo kommst du denn jetzt her? Ich spawn hier. Nicht ich wohne hier, sondern ich spawn hier. Ja, ist nicht unser Spawnpunkt sowieso nur zu haben? Also auf meinen Grabstein wird irgendwann mal stehen... Respawn in 3... 2... 1... Connection lost. Okay. Also, wenn ich mir einen Grabstein zulegen sollte... Katze? Dann steht da drauf Katze. Dann soll irgend so was draufstehen wie so... Gehen sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen oder sowas. Naja, müsste draufstehen, fassen sie bloß nichts an. Oh ja! Fassen sie nicht an! Ja, find ich gut. Wo... Wo wir schon bei Grabstein sind und äh... Flachwitze... Äh... Was steht? Was steht auf dem Grabstein von einem äh... Mathelehrer? Wie ihr denkt, dass Bob das nicht ernst meint. Ja, ich weiß, dass Bob das ernst meint. Ich meint meins auch ernst. Warum redest du dann von Flachwitz? Stimmt. Weil mir gerade zwei Flachwitz einfällt. Achso. Aha. Aha. Achso, gab's hier jetzt noch irgendwie so ein Collectible vielleicht? Weiß ich nicht. Ein kleines Collectible, ja... Hey, warum ist das jetzt hier? Ich hör's die ganze Zeit nur irgendwie explodieren bei euch. Ja, hier war ne Mumie. Das liegt an der Explosion. Ah... Die Mumien-Explosion, wer kennt sie nicht? So, ich... So. Blub! Blub, blub, blub. Hä, warum ist denn die ausgewählt? Achso, weil ich keine Mumpe mehr habe. Meistens wird er keine Mumpe mehr. Gibt's hier irgendwo... Ach, hier. Bam, bam. Flop! Ding, 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 ding. Uh, das sieht cool aus. Cool. Sieht so futuristisch aus. Passt gar nicht zu der Zeit hier. Ah, die waren in ihrer Zeit da schon voraus. Die Pyramiden waren doch eh nur die Landeplätze für die außerirdischen Raumschiffe. Es ist ein Filmdreh. Du weißt doch nicht, wie alt das alles ist. Stimmt. Stimmt. Könnte doch alles neu sein. Habt ihr mal... Habt ihr davon mal gehört gehabt, dass wohl irgendein Archäologe so einen Crew gefunden hat, wo ein Kupferrohr drin war? Und die haben sich sozusagen gewundert, was das halt ist. Und es soll wohl eine Batterie aus der Zeit der Ägypter gewesen sein. Hab ich auch schon gehört. Hatte ich damals sogar einen Physikunterricht. Eine Batterie? Hm? Ja. Muss ich mir was vorstellen? Na, sozusagen. Das war halt so ein normaler Krug, wie sie hier rumstehen, diese großen. Und in dem Krug war halt ein Kupferrohr eingefasst gewesen. Und wenn halt... Ich weiß nicht mehr genau, was da in diesem Kupferrohr dann hoch und runter gegangen ist. Äh, Leute? Ihr habt hier was vergessen. Okay. Komm, wir halt noch mal raus. Ey, dann hat halt... Wurde halt Energie... ...erstellt. Ah, mach... Mach was. Mach ich. Hm, das ist ja voll krass. Ja, vor allem wenn man so... Eine Schlange. Ich hab hier drei... Ich hab hier drei Wellen oder drei... Drei... Eine Schlange? Eine Schlange. Und äh... Äh... Ich weiß nicht, wie die komische Figur heißt ohne Nase. Zwing's. Hä? Ne, war ein falsche... Hä? Ich hab doch eben gesagt, diese drei Wellen... Ach so, diese drei Wellen, ja sorry. Drei Kronen. Ja, Kronen ist eine bessere Beschreibung. So, alles eingesammelt. Äh, vor allem wenn man so überlegt, dass die richtige Batterie oder so Stromerzeugung ja erst irgendwann... Oh, yes. Ein bisschen später. 18 und oder? Irgendwie so... Ja, man muss 18 und 100 rum gewesen sein. Wegen industrieller Revolution dann ja auch und so. Also manchmal könnte man wirklich denken, dass die Ägypter wirklich so... Die waren schon krass. Alienenergie hatten. Nö, aber das Problem war halt, dass... Die Alien-Vibes kommen so rüber. Wenn sie es halt einfach nicht erzählt haben, was sie so rausgefunden haben. Naja, stimmt. Oh, Silent Buttsch ist aber der Trusel. Was sollen sie mit der Batterie gemacht haben? Irgendwann die Memory. Naja, stimmt. Was für eine Anwendung hätten die festgenommen? Genau, das hab ich nicht... Irgendwas, was die hier bestimmt noch nicht kennen. Ob sie es nicht... Ob sie es nicht eher, äh, vielleicht... Ähm... Unbewusst gemacht haben, wenn sie es gemacht haben. Hm, du musst oben noch drauf... Du musst jetzt merken, die Grünen oben, dann überm Tor draufschießen noch. Und dann geht's los. Easy... Easy... Lemon... Weezy... Das war schon... Wirklich doll einfach. Und... Was war jetzt hier? Wo, 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 wo... Wo, 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 wo... Wo, 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 wo... Wo, wo, wo 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 also doch eine mauer wir haben nämlich vor einer tür zu verbauen ich sehe gerade nichts einfach wieder zu dann halt nicht nur ein bisschen doof weil ich nur ein bisschen hast ja ich frage sie für uns dann machst du die die sind erst mal hier ist doch offen jungs sie können schon mitmachen ja hier ich werde sie aber auch nicht wegschießen noch mal hier gegen das schießen so läuft auch hier läuft auch ihr macht das schon gleich nicht rauskommt okay butch komm mal schnell hier mit rein hier bleibt auch okay servus geht die tür nicht auch noch auf doch schon so vier von vier antike figuren geil uralte actionfiguren puppe man merkt es ist spät ey wir haben nach zwölf wir können toddy talker fangen was jetzt also dann ob es auch wieder aber wo ist denn uns na hier da wo die treppen hoch gehen oh shit hallo es muss hier erst mal zur kiste in die seelen gibt gibt mir die seelen das mein spruch was gut was schon gut was ein feuerspeiner assassine der ist schon tot noch vergessen feuerspeiner assassin zombie zombie assassin katze ja ich hab sie hier kitty 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 eine noch ich hoffe die haben wir nicht irgendwo übersehen aber glaube ich eigentlich nicht hier sind schon die schäden irgendwo wieder sein hier seht ihr schon den roten kristall aber bob bis jetzt war immer wenn wir hier zu viert waren voll easy und so geht das meistens weil es sich ganz gut verteilt ja zu viert ist das wirklich kein problem wir müssen nachher immer in chat schreiben die 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 Ich glaube ich vorhin auch schon. Kommt alle ran, kommt alle ran. Genau da. Oh, Flaski, Alter. Gereicht. Fällt dir einfach runter. Hallo, wir sind die Zombies. Hallo Zombies. Und die Assassin. Und die Ghouls. Sie mögen alle einen Tod erleiden. Einen zweiten. Einen endgültigen. Einen endgültigen. Erstmal Frozen. Erstmal Dynamit. Erstmal Peng Peng. Boah. Der ist halt richtig reingeballert. Der hat mich hier reingeböllert. Zünd den Knaller. Out. Jetzt kommen wir erstmal runter hier. Wird wir hier auch mal mitmachen. Erstmal wieder runterkommen. Ja, mein Kaffee getrunken. Beruhigt hat mich jetzt nicht. Jetzt können wir weiter diskutieren. Also zunächst mal. Es ist Obst im Haus, ne? Es sind Obst im Haus. Sperrwerfer. Es sind Sperrwerfer an Rollstelle. Die sind nebenbei auch am Sterben. Oh, da läuft. Läuft. Die sterben auch richtig gut gerade. So, meine Kleine. Ziehst du dich denn aus? Hm? Zieh dich aus. Oh, hier oben sind welche. Bam. Hallo. Dann nicht. Läuft da noch gerade. Echt? Da steht, du bist so rounded. Ja, ja. Wollte ich aber auch. Äh, passiert was. Oh, hallo Anubis. Hallo Anubis. Ich mag den nicht. Warum denn nicht? Der macht Laser. Ey, lass ihn doch machen. Äh, ich kann den nicht frieren. Aber der macht die Zombies weg. Der macht, was er einen Laser macht. Ich glaub, der geht nicht mehr einzufrieren. Oh. Oh, doch. Aua, hallo. Oh, jetzt ist er hier oben. Hallo. Geh ich mal hinter ihn. Geh dann auch mal. Hallo. Dreh dich doch mal oben. Nein, guck mich nicht an. Hallo. Was soll denn das? Ich bin ja echt noch ein bisschen zu viel mit den anderen Zombies hier beschäftigt. Ich kann mich gar nicht um meine Anubis kümmern. Was hat er denn da oben? Aua, hallo. Halt, stopp. Lassen Sie mich in Ruhe. Helfen Sie mir. Bitteln Sie mir. Ich bin in Gefahr. Oh, jetzt hier unten. Was will er tun, hä? Was will er tun? Der kann gar nichts. Der lasert dich. Und dann ist dein Führerschein weg. Kannst du nicht. Gucken wir an. Mit deinem Streifen lang rumfahren. Wenn man keinen Führerschein hat, darf man auch niemanden entführen. Adolf Hitler hat übrigens keinen Führerschein gehabt. Die Queen hat auch keinen Führerschein. Aber es ist lustig, weil wenn du jemanden entführestst, dann brauchst du ja einen Endführerschein und nicht einen Führerschein. Oh, was? Also deswegen ist die Frage eigentlich schon völlig obsolet. Aber echt, ey. Sieht irgendwie cool aus, was da passiert. Ja, irgendwie der eine wird mit Feuer geladen, der andere mit so einer mystischen Pyramide. Ja. Und der andere einfach so. War der andere nicht mit den Lasern? Laser. So, ist das jetzt mal endlich fertig jetzt hier? Oh, ein Portal. Teleportieren. So, jetzt nochmal Mumpe. Oh ja. Das ist wichtig. Ja. Nicht ohne, bitte. Mit der Munition. Nicht sparsam sein. Nicht ohne, wie können wir das hier nennen, Mumpe? Das ist eine Statue. Wow. Hallo. Ui. Ähm. Sind wir alle Katzen? Sehen wir gleich, glaube ich. Ne, eine fehlt auf jeden Fall noch. Weil wir hatten jetzt fünf von sechs. Mir fehlen zwei Hebels. Hebels? Ach, da ist noch ein Hebels. Oh, er ist. Kennt man doch. Ich will das auch noch ein Hebels. So. Oh, die Tür geht auf. Hier ist eine Kiste drin. Oh, und ein Mumien. Und ein bisschen Geld. Ich will das Geld. Ich hab keine Mumie mehr. Ich will nämlich erzählen, warum er die Waffen wechselt. Ich hab doch gerade noch gesagt. Hüllt bitte eure Sachen auf. Mit der Munition. Nicht sparsam. Ich dachte, ich war früh. Hä? Ah, nee, da sind wir hergekommen, oder? Ja. Geht das hier nochmal rein? Collectible. Collectible? Wow. Hier. Ach, das wird mir nicht angezeigt. Hä? Ne, hab ich schon. Ne, haben wir dann schon. Dann habt ihr das wohl schon. Ja, cool. Dann. Hier noch was. Ein bisschen Geld. Na dann. Was können wir mit dem Raumschiff abnehmen? Das Raumschiff? Ne, das ist doch Teleportation, oder? Absolut. Flup. Ui, ne fliegende Insel. Uuuu. Boah, das sieht ja aus wie von Göttern gemacht. Ich finde, das sieht aus wie von Ägyptern gemacht. Du meinst Aliens? Ja, Götter. Wusstet ihr, dass das, äh, Prinz Philipp, der kürzlich verstorbene Gemahldeck, der, der Queen, der, es gibt einen Kult, der ihn als Gott verehrt. Geil. Hier ist ein Nix und Otter. Wir sind mal wieder im Afterlife. Hier ist eine Special Weapon Kiste, falls jemand die braucht. Okay. Ich habe irgendwo etwas. Also, ich seh mal so. Let's know how, ob sie im Afterlife irgendwie nix mehr zu holen. Auch keine Katze? Nee. Doch. Doch, da. Ich habe es gehört. Weil es fehlt noch ein Krug und zwei Collectibles. Hier ist die Katze. Da ist auch der Katzenraum. Hier ist ein Radio. Bam. Oh, das war aber ein langer Katzenraum. Boah, das ist ein Riesenkatzenraum. Das ist ein alter Baum. Ein Rembrandt. Hä? Kombiniert der Katzakt. Was? Ich habe es schief, wenn ich gelesen habe. Ja, ich habe das meiste Geld. Endlich. Are you sure about that? Ja. Sagen wir mal, noch hast du das meiste Geld. Hier ein Collectible, Flo. Und die anderen auch. Ich komme gleich. Es fehlt noch ein Krusch. Cool. Auch eine Errungenschaft. Und ich dir alles durch. Geil. Alles aufgesammelt. Ich habe kein Achievement bekommen. Dann hast du noch nicht alle Collectibles. Habe ich auch nicht. Mir fehlt noch eins. Ja, na toll. Ich habe immer Bescheid gesagt, wenn ich was eingesammelt habe. Hast du alle? Ich habe auf jeden Fall eine Errungenschaft bekommen. Von daher denke ich schon. Ja, dann hat er alle. Hä? Jetzt ist Fabi lost. Kommt ihr? Nee. Äh, nee. Warum nicht? Krug. Wenn ich erstmal hier im Katzenraum noch gucken muss. Weil hier liegt noch Geld. Geld, 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 Geld. Und ich suche noch den Krusch. Oh, diese Suche. Wie hast du mit finden? Wer suchet, der findet. Hier ist... Ich wollte gerade sagen, das glauben sie nicht. Dann ist halt dieses Butch is lost aufgeploppt. Und ich dachte gerade, das war aber der Krug gewesen, was da aufgeploppt ist. Ja, komm, Fabi. Bringen wir es hinter uns. Aber, aber, aber... Äh, Fabi ist lost. Der will nicht. Nur komm rein, Mensch. Aber der Krug. Was denn für ein Krug? Der ist kein Krug. Aber, aber der Froncho. Nein, ich kann eben wieder zurückgehen. Stimmt. Guck mal, Gegners. Guck mal, die kotzen. Guck mal, die gehen in die Luft. Herb Potions nicht vergessen. Health Potions nicht vergessen. Ich bin noch voll... I have, I have, I have, I have, I have. So. Achso, wir wollten noch mal im Krug vorher gucken, ne? Na, hier im Endraum war doch meistens nie irgendwas noch gewesen. Ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, das Blöde ist wirklich nicht aufmerkissen. Ist halt schon sehr lange her, ne? Hm, sieh. Wo es hier echt krügig aussieht. Na, ich weiß nicht. Spürst du das nicht, Butsch? Na gut. Ich muss sagen, ich fühl das, ich, ich hab das Gefühl überall. Das ist jetzt im Real Life. Hier muss auch noch ein Krug sein. Und hier muss auch noch ein Krug sein. Ist das Base, was du drauf hast? Ist das das Base? Ja, ist das Base, was du tun kannst. Die Base? Let's, let the Base drum drop. Restoration. Da ist sie wieder. Da ist sie, die Geh. Die ist aber ganz schön schnell, du. Die Tristamped Witch Queen returns for her Revenge. Auf welche schießen wir denn jetzt? Auf alle. Au! Achso. Kaputt. Das war ja einfach. Prost. Kuckuck. Auf die blauen Teile schießen. Danke. Die in der Decke? Ähm. Ja. Titans of the Damned. Okay. Nee, es macht nicht wirklich was. Ja, ich wollte gerade sagen, also Flo, also irgendwas lügen tun. Sie tun. Oh. Hier sind ja schon. Ihr müsst erst, ihr müsst erst auf die, äh, roten Teile irgendwie kommen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie. Ja, die Viecher erstmal umhauen, oder? Ich hab doch gerade erst Munition nachgehört. Warum bist du wieder Länder? Oh, da ist ein Google. Ja, ich hab's gerade rot, äh, um mich herumschwören sehen. Ein Lies am Lill. Wie kann ich da nicht treffen? Ah, geht doch mal endlich kaputt hier. Ist hier irgendwo Munition? Äh, oben. Hier bei mir gerade. Aua. So, da ist irgendein Ding ist gerade kaputt. Ja, da drüber sind so Dinger. Jetzt auf das blaue Schießen. So. Sehr schön. Warum kommen die denn hier jetzt alle bei mir raus? Also, ich hab immer noch nicht den Sinn verstanden, was wir jetzt machen müssen. Ja, aber nicht. Den Titan umhauen. Ja, ja, nee. Ich mein auch, was wir jetzt schiffen müssen, damit ja... Aua, hier ist ein Fall aktiv. Oh, das ist so. Nee, nee. Einfach können wir nicht sterben, bitte. Also, hier kann ich nochmal nachfüllen. Sehr gut. Boah, das ist eine Ballerei hier, ey. Ja, das letzte Level ist echt ganz schön. Oh, der nächste? Ah, okay. Wir müssen Zombies einfach nur töten. Okay. Now I got it. Elektrizität ist kein Match für die Brigade. Richtig, jetzt, Schatz. Schau diese compounded Kontraptions. Okay. Naja. Und dann scheinbar auf das Ding schießen, was da von der Decke hängt. Ich hab schon wieder keine Munition. Ich glaub, ich bleib mit Bob da in der Ecke, da ist Munition. Ja, hier kommen aber halt auch die ganze Zeit... Ja, ich weiß, aber schaffen wir doch... Ist das irgendwie ein bisschen nervig. Boah, und jetzt haben die mich angezündet, oder was? Ja, der war so ein Feuerdupp gewesen. Machine. Oh ja, der kam gut. Ja, danke. Geht doch jetzt mal kaputt hier. Ähm, viele. Hedgehot Multiplikator ist einfach so krass. Hm. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! wieder alles leer hier die waffe das ist unmöglich passt ja nix rein ins magazin was hattest du mal eine wahl oder wie viel schuss hast du 42 oder so was ich habe auch 42 bzw 42 plus 6 genau ich auch wir haben dieselbe waffe ich habe 42 1 wir haben ihn tretet ihn wir müssen doch bestimmt noch ballern ich würde sagen nein jetzt müssen wir wieder gegen zaziki kämpfen ganz viele zazikis ich mache einen komischen tanz drei headshots dann ist eins von den komischen dubles tot oder zwei headshots je nachdem da champions kommen da auch noch oder hier kommt alles da Dumb ways to die Dumb ways to die Wann ich krieg die letzte Ceteki nicht weil ich die ganze Zeit von Ghoul weggebasht werde. Wo ist so Bob? Ja, die bei mir ist eigentlich ganz cool. Haben die jetzt, wenn hier alles sterben, bitte? Blöde ist die Blitze von mir, weil ich weiß nicht mehr. Äh, da. Oh shit. Ich hoffe, Silent Boach ist surrounded. Bob, du deckst mich so ein bisschen, während ich auf die schieße, oder schießt du auch auf sie? Nein, ich kann dir Bescheid geben, wenn hinter dir vielleicht einer schieße. Ja, das ist... ähm... Oh, da hat mich der Blitz fast erwischt. Peng! Ins Gesicht? Ja, nicht wieder auf. Sagt sie, während wir sie besiegen. War eine geile Animation, wie sie gestorben ist. Der sieht lustig aus. Ohhhh. Endlich, Alter. Endlich. Ist das die ganze Zeit unser Redner gewesen? Nein. Sieht der so aus? Ah ne, okay. Farah. Sieht der so aus? Farah. Well, no wonder. Wherever the danger is at its highest. Wherever the shadows are at their darkest. And all others have fled the field. That's where you'll find these brave Chaps and Chapesses. Holding the line against all manner of beastly things. Join us again soon for yet more spiffingly spectacular stories of... The Strange Brigade. Also, ich möchte mal anmerken, dass der Titel von dem Spiel nicht richtig gegendert ist. Das müsste heißen, Ents Strange Brigade. Ja, mir fehlt ein... ein Krug fehlt mir. Ja, mir auch. Oder The Strange Brigadey. Pfff. Geil. Oh, ja. Achso, ja. Boah. 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 in einem der anderen Videos, die hier auf diesem Kanal kommen. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Tschüss. 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 Piu-piu.